In diesem Video könnt ihr nochmal zur zentrischen Streckung üben. Wir wünschen euch viel Spaß! Kurze Wiederholung. Bei der zentrischen Streckung haben wir ein Zentrum Z und eine Figur gegeben, die vom Zentrum aus um den Faktor M gestreckt werden soll. Vorgehen ist so. Wir nehmen unser Geodreieck und messen die Entfernung vom Punkt A zum Zentrum. Achtung, die Größenverhältnisse passen hier nicht ganz, aber es geht ums Prinzip. In unserem Fall liegt die Entfernung bei 2 cm. Und diese Entfernung nehmen wir dann mit dem Streckfaktor Mal, also in unserem Fall mit der 3. Da kommt man auf 6 cm und genau die gehen wir vom Zentrum aus genau in die gleiche Richtung wie A, schon haben wir unseren neuen Punkt A'. Gleiches Vorgehen auch bei den anderen Punkten und am Ende ergibt sich dann dieses gestreckte Dreieck. Wer das nochmal ausführlicher erklärt haben möchte, der kann einfach in unserem Erklärvideo vorbeischauen. Los geht's mit den Aufgaben. Zeichnet die Figur mal auf ein Blatt und versucht es selbst, bevor ihr euch unsere Lösung anschaut. Wir sollen diese Figur um den Faktor 0,5 strecken. Wir legen mit A los und messen seinen Abstand zum Zentrum. Das sind 5 cm. Diese 5 cm nehmen wir jetzt mit dem Streckfaktor 0,5 mal und kommen dann auf 2,5 cm. Vom Zentrum aus gehen wir dann 2,5 cm in die gleiche Richtung wie A, schon haben wir unseren Punkt A'. Genau das gleiche mit B. B liegt ca. 6,4 cm von Z entfernt. 6,4 mal 0,5 sind 3,2 cm. Also von Z aus 3,2 cm in Richtung B gehen, schon haben wir den neuen Punkt B'. Für C das gleiche Spiel. C ist ca. 9,5 cm vom Zentrum entfernt. 9,5 cm mal 0,5 sind 4,75 cm. Von Z also 4,75 cm in Richtung C gehen, schon haben wir C'. Und wenn wir jetzt noch A', B' und C' verbinden, dann haben wir unsere gestreckte Figur. In der nächsten Aufgabe sollen wir dieses Quadrat um den Faktor 2 strecken. Das Besondere, das Zentrum liegt in der Figur. Das macht aber gar nichts, ihr könnt da trotzdem vorgehen wie immer. Wir starten mit dem Punkt A. Der ist ca. 2,1 cm vom Zentrum entfernt. Die 2,1 cm nehmen wir mit dem Streckfaktor 2 mal und kommen so auf 4,2 cm. Und die 4,2 cm gehen wir jetzt von Z aus in Richtung A. Schon haben wir unseren Punkt A'. Bei B genauso. Entfernung zu Z sind natürlich auch 2,1 cm, weil Z ja genau in der Mitte vom Quadrat liegt. Also müssen wir auch hier 4,2 cm in die Richtung gehen. B' liegt dann also hier. Für C und D überspringen wir es, weil auch C und D 2,1 cm von Z entfernt sind und man einfach nur 4,2 cm in die entsprechende Richtung gehen muss. Noch die 9 Punkte verbinden. Tadaa, so sieht die gestreckte Figur aus. Noch eine Figur für euch. Die sollen wir um den Faktor minus 1 strecken. Nicht davon verwirren lassen, dass der Streckfaktor negativ ist. Ihr macht fast alles so wie immer. Erstmal messen wir die Entfernung von A zu Z. Das ist 1 cm. Und den 1 cm nehmen wir dann wie immer mit dem Streckfaktor mal. Da kommt man dann auf minus 1 cm. Und diesen 1 cm müssen wir jetzt von Z aus genau in die gegenüberliegende Richtung von A gehen. Dann landet man hier. B ist 5 cm von Z entfernt. Da kommen wir dann auf minus 5 cm, wenn wir es mit der minus 1 mal nehmen. Wir gehen also von Z aus 5 cm in die genau gegenüberliegende Richtung von B. Da landet man hier. Und dann noch das gleiche mit C. C ist circa 5,8 cm von Z entfernt. 5,8 mal minus 1 sind minus 5,8 cm. Achtung, Geodreieck genauso liegen lassen, dass Z und C auf einer Linie liegen. Und dann von Z aus 5,8 cm in die andere Richtung gehen. Schon haben wir auch C Strich. Und wenn wir es jetzt noch verbinden, dann haben wir unseren um minus 1 gestreckten Körper. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann würden wir uns echt über ein Like und ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr auf der Suche nach wirklich guter Nachhilfe in Mathe seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf unserer Website vorbei. Da findet ihr welche. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Mathe kann jeder. Wir wollen es beweisen. Absolut- 10, 12,